Ja und somit herzlich willkommen zurück zu Rackfest. Heute habe ich mal ein bisschen Bock auf Zerstörung. Von daher, Demolition Derby passt perfekt. Hinterwälder Rodeo. Leg mal eine Rennpause ein, steig auf den Sattel deines bewährten Gefährten und sorge in einem Demolition Derby nach amerikanischer Art in einem grossen Stadium für mächtig Geschredder. Hier gewinnt ihr, der überbläht. Dafür habe ich doch den Mattiger aufgemutzt und stärker gemacht. Passt perfekt, 2000 Schaden verursachen, zerstöre 3 Gegner. Mindestens. Willkommen zu Fairfield Grassfield Demolierungs Arena. Let's go. Einfach straight rein. Straight rein. Hat doch schon mal gut funktioniert. Okay, die zerstören mich gerade ziemlich. Manchmal mein Deutsch so gut. Er hat noch zu viel Leben. Mein Auto sieht schon ziemlich zerstört aus. Okay. Da habe ich den. Komm schon. Ich brauche keine Hilfen. Ich brauche Demolierungen selber. Der gehört mir. Habe ich den jetzt? Wahrscheinlich nicht. Der habe ich auch nicht. Demolierungshilfe? Ernsthaft? Aber den habe ich. Er ist einen demoliert. Shit. Das war der Joke gehört mir. Danke. Das war nix. Ziel erreicht. Ziel erreicht. Okay. Okay. Aber ich glaube das zweite Ziel habe ich noch nicht erreicht. Demoliert. Zumindest werde ich glaube ich erst hier denke ich mal. Ich habe noch ziemlich viel Leben. Im Gegensatz zu den anderen. Shit. Der gehört mir. Der gehört mir. Habe ich gesagt. Ich habe gesagt der gehört mir. Holy moly. Das tat weh. Das tat weh. Das tat weh. Komm schon. Komm schon. Jetzt alle. Dann haben wir noch einen einzigen Gegner. Wer hat gewonnen? Ich. Okay. Ein paar Räder. Aber ich glaube das eine Tagesziel habe ich nicht erreicht. Oder? Doch. Beide. Gut. Nice. Dann haben wir noch hier. Harvest Deathmatch Challenge. Harvesters from Hell. Auf dem Land lösen die Farmer ihre Schuldreitigkeiten gern indem sie ihre Mähdrescher gegeneinander antreten lassen. Bis diese nicht mehr für die Agrikultur zu gebrauchen sind. Naja. Nicht ganz. Aber lass einfach den Farmer in dir raus. Harvester. Verursachen mindestens 5.000 Schaden. Demolieren mindestens 3 Farmer. Ob das so einfach geht? Mit einem Mähdrescher? Oh. Wie der Kreis aussieht. Wie der Kreis am Start ausgesehen hat. Ich glaube man muss da echt mit ein bisschen Schmacke sehen und die Leute hier rein fahren. Oder einfach umkippen. Umkippen geht auch. Komm vor den Pullen. Komm vor den Pullen. Komm schon. Lass mich den umbringen. Komm schon. 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 Ernsthaft, Demolierhilfe? Du bist demoliert. Komm schon der blauer, den blauen gehört mir, den blauen gehört mir, den blauen gehört mir, komm bitte 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 bitte. Volles Getümmel. Schade, da habe ich jemanden getroffen, der schon tot war. Das ist so bescheuert, was wir hier machen. Das kann man sich nicht geben. Position 14, ich bin so schlecht. Okay, den habe ich demoliert. Den hätte ich auch fast gehabt. Ich habe irgendwie bestimmt dreimal Demolierhilfe, aber das bringt nichts. Ich bin demoliert, danke sehr. Hey, die schnappen mir immer die anderen weg von der Nase. Ich bin schlechter. Von dir demoliert 4, Ziel 3 demolieren. Was? Trotzdem 2. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Fahrzeug Nexus RX. Level 17. Fahrzeug Harvester. So. So bescheuert. Oh Mann. Gut, dann haben wir hier noch Banger Derby, Summerslam, Madman Stadium. Summerschrotte. Das jährliche europäische Banger Derby ist ein echtes Sommerhighlight. Es findet in einem riesigen Stadion statt und bietet unglaubliche Überschläge, brennende Motoren, qualmende Rugs und natürlich tonweise heftige Crashers. Da kommt, ich nehme wieder den... Okay, der ist nicht zugelassen. Da kommt dann den Firefly, auch wenn das Auto beschissen ist. 1000 Schaden, 3G zerstören. Willkommen zu Madman Stadium. Eigentlich soll ich die Leute einfach zuerst mal ein bisschen herumbarnen lassen und mich dann erst einmischen. So lange alle noch ziemlich viel Leben haben, ist das nicht wirklich von Vorteil. Das hat Vegetar für ihn. Und ich glaube, der ist stuck. Und warum ist das eigentlich so ein Rennen, wo ich mich wieder resetten kann? Ich frage mich gerade. Der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Der gehört mir. Bitte, bitte. Überlass ihn mir. Bitte. Komm, 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 komm. Komm schon, du hast noch ein Fitzelchen. Junge. Du gehörst mir. Gut. 1000 Schaden erreicht. Junge. Junge. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 6. Zerstöre Drei Gegner auch erreicht, ist gut. Ne, ist er. Sehr gut. Ich glaube, da kann er sich nicht resetten. Wie es aussieht. Denn die, die tot sind, bleiben tot. Das tat weh für die. Ne, nicht den Leichen. Da wollte gerade jemand in mich reinpreschen. Okay, Ziel erfasst. Und Zieler. Prima, 60 HP habe ich noch. Uh, das hat weh. Ein Motor ist auch im Auto drin. Thermolier Hilfe, auch gut. Ziel erfasst, Ziel erfasst. Ziel leider nicht erledigt. Okay. Ist der andere jetzt schon tot? Sieht mir fast so aus. Die Drohne ist über mir. Oder auch nicht. Da ziel er was. Ziel nicht erledigt. Schade. Schade. Den möchte ich noch mitnehmen, bitte. Okay, schade. Hat jemand anderes übernommen? Nice. Der Sprung. Kommissar ist noch ziemlich stark. Kommissario Paolo ist noch ziemlich stark. Schade, das war die Leiche. Schade, Demolier-Hilfe wieder nur. Ach, come on! Es sind noch 2 Gegner übrig. Und den habe ich. Wo ist der letzte? Ich glaube der macht mich eher kaputt, hasse ich ihn. Zusammenstoß 50. Ja, so wird das nichts. So wird das nichts, wenn wir uns immer aus dem Weg fahren. Der hat einfach vor mir ab. Ja, so wird das nichts. Ja. Komm schon, da musst du mehr geben. Da habe ich ihn. Nice. Sieben demoliert und Position 1. Ich brauche Käfig für den Firefly. Wo ist bitte der Motor? Mitten im Auto drin. Bonusier erreicht und totale Punktzahl auch erreicht. Nice. Gut. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es weiter geht mit den Rennen hier. Race Events. Race Events und auch hier Race Events. Von daher. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.